Am gestrigen Feiertag in den USA war natürlich an den Börsen nichts los. Deswegen stand das im Vordergrund, was in Deutschland passiert ist, mit der rückwirkenden Erklärung einer Notlage, die dann es ermöglicht, die Schuldenbremse für 2023 erstmal auszuhebeln. Wir wollen uns mal anschauen, was das bedeutet. Nämlich Deutschland, das ja in einer Rezession ist, wie heute Daten einmal mehr gezeigt haben, und dass schon ziemlich viele Zinsen bezahlt für seine Schuldentendenz weiter steigend. Je mehr eben die Schulden steigen, gar keine Frage. Und die Frage ist eben, geht das so weiter wie in den USA, die im letzten Jahr 2022 über 720 Milliarden Dollar nur an Zinsen bezahlt haben. Die Tendenz weiter steigend, sehr deutlich steigend in den USA. Und das ist eine Geschichte, die letztendlich beantwortet werden muss. Wollen wir die Kosten für die Transformation der Gesellschaft weg von einer fossilen Industriegesellschaft hin zu einer grünen, nicht fossilen Gesellschaft? Wollen wir das jetzt bezahlen? Oder wollen wir das letztendlich künftigen Generationen aufheizen, was wir hier machen? Das Verfassungsgericht oder die Schuldenbremse ist eigentlich die Antwort darauf zu sagen, nee, das machen wir schön jetzt, aber wenn man sie aushebelt, dann verschiebt man das Ganze eben auf die kommenden Generationen. Schauen wir uns diese Geschichte mal an. Noch im Juli 2023 hat der Lindner ja gesagt, wir sind nicht mehr in einer außergewöhnlichen Notsituation, die eine Ausnahme von den Schuldenregeln des Grundgesetzes zulassen würde. Hier rechts sehen wir nochmal diese immensen Sondervermögen, die das Doppelte dessen betragen, was das reguläre Budget betrifft. Und Lindner, 22, nämlich Anfang Mai, lieber neue Wahlen als neue Schulden, droht Lindner den Grünen. Jetzt droht er nicht mehr. Das wird natürlich, naja, sag ich mal, bei vielen FDP-Anhängern sicherlich nicht gut ankommen, die ja jetzt Mitgliederbefragte werden. Also wahrscheinlich, würde ich vermuten, nach dieser Geschichte sagen, geht raus aus der Koalition, denn ihr verliert Glaubwürdigkeit. Das ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Denn im Grundgesetz steht ja auch im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen. Und all das ist ja nicht vorhanden, wenn man ehrlich ist. All das ist nur vorgeschoben. Und das in einer Situation, wo wir sehen, dass die Bundesschuld für den Bundeshaushalt 2023 mal eben 42,2 Milliarden Euro betragen hat. Das sind fast 10 Prozent der Gesamtausgaben, zahlt also Deutschland inzwischen für seine Schuldentendenz weiter stark nach oben gehend. Natürlich auch mit der Zinswende durch die Notenbanken. Wir waren 2021 im Tief bei nur 4 Milliarden von 16 kommend im Jahr 2018. Aber wir sehen, da hat sich die Schuldensituation oder die Zinsausgabensituation deutlich verändert. Das ist rasant nach oben gegangen. Und hier mal eben der Blick auf das, was bei den Amis ist. 2022, wie gesagt, waren wir über 720 Milliarden Dollar. Und es dürfte streng nach oben gehen. Wenn es so weitergeht, dann werden wir die Billionengrenze sehr schnell überschreiten. Das ist immens. Klar, die Amerikaner haben ein BIP von um und bei 25 Billionen. Also das ist ein 25. dessen, was das BIP beträgt. Aber die Amerikaner haben auch ein Einnahmeproblem oder haben ein Einnahmeproblem, weil da die Zinsen, die Steuern sinken oder die Steuereinnahmen sinken, während in Deutschland ja die Steuereinnahmen sogar auf neuem Hoch sind. Und hier sehen wir eben diese Problematik. Wenn du irgendwie nicht versuchst, da mal eine Grenze zu ziehen, dann passiert es eben, dass die Dinge komplett aus dem Ruder laufen, so wie in den USA. Und jetzt fordert Habeck auf dem Parteitag eine Radikalreform der Schuldenbremse. Mit der Schuldenbremse, so Habeck, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände hinter dem Rücken gefesselt und ziehen in einen Boxkampf. Die anderen wickeln sich Hufeisen in die Handschuhe. Wir haben noch nicht mal die Arme frei. Es wird doch klar sein, wie das hier ausgeht. Ich verstehe diesen ganzen Satz nicht. Wir sind ja nicht in einem Schuldenwettkampf oder doch, Herr Habeck, sondern gegen wen kämpfen wir da? Gegen die Amerikaner, die immer mehr sozusagen unter dieser Schuldenlast auch leiden, wo die Belastungen immer größer werden. Kämpfen wir gegen die? Oder was ist eigentlich hier der Vergleich, der hier gezogen wird? Derjenige, der keine Schuldenbremse hat, der ist total im Vorteil, der gewinnt einen Kampf. Aber das ist auch nicht wirklich der Fall, denn es ist ja hier kein Wettbewerb um die meisten Schulden, der hier stattfindet, sondern es geht darum, wie ich vernünftig eine ökonomische Politik betreiben kann, die notwendige Investitionen und gute Investitionen macht, aber eben Ausgaben, die unnötig sind, vermeidet. Und wir haben wahnsinnig viele Ausgaben. Wir haben ja kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Ausgabeproblem, so wie in der DDR damals. Hier hat Herr Ehrensberger, damals ZK-Abteilungsleiter für Planung und Finanzen in der DDR, nämlich 1989 hat der Goethe Mann gesagt, wir haben mindestens seit 1973 für Jahre über unsere Verhältnisse gelebt und uns etwas vorgemacht. Es wurden Schulden mit neuen Schulden bezahlt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das große Problem, das die Amerikaner schon haben. Sie bezahlen neue Schulden oder sie nehmen Schulden auf, um alte Schulden zu bezahlen. Sie machen neue Schulden, um alte Schulden zu bezahlen. Und wenn wir uns hier mal dann die Folgen vergegenwärtigen, dann sehen wir, Deutschland wird dann sehr wahrscheinlich absehbar sein AAA-Rating, also sein bestbonitäres Rating, verlieren. Eben weil unser Wirtschaftsmodell stark angezweifelt werden kann. Erstens die starke Exportabhängigkeit, jetzt mit der Schwäche Chinas. Zweitens die Zerstörung des Kapitalstocks, der auf fossilen Energien basierte, wird natürlich zu einer Vernichtung auch von Wertigkeiten oder von Vermögen führen, zwangsläufig. Und dementsprechend dürfte es nur eine Frage Zeit sein, bis wir hier abgestuft werden, zumal wir hier diese absolute Dominanz für Sozialausgaben, Personal und Zinsen sehen. Zwei Drittel des gesamten Haushalts sind dafür vorgesehen. Also es ist nicht so, dass wir zu wenig Einnahmen hätten. Wie gesagt, wir haben in Deutschland den 2022 neuen Einnahmerekord über Steuern erlebt. Wir haben eher ein Ausgabenproblem. Und jetzt sagen eben eher Linke, ja wir müssen die Sozialausgaben erhöhen, die ja schon zwei Drittel des gesamten Haushaltes betragen, statt eben zu investieren und sozusagen Zukunft zu schaffen. Hier sehen wir mal die frischen Zahlen zur deutschen Wirtschaft, Bruttoinlandsprodukte. Drittes Quartal war die zweite Veröffentlichung, minus eins. Aber wir sind eben zum Vorjahr um minus 0,8 Prozent geschrumpft. Also es ist so eine milde Rezession, aber es ist eine Schrumpfung, die der Fall ist. Vor allem Consumer Spending ist gefallen um minus 0,3 Prozent, während Government Outlays rose, wie Bloomberg schreibt. Also die Staatsausgaben sind gestiegen, aber die Konsumenten haben sich zurückgehalten. Die Bundesbank hat übrigens gestern eine Warnung gegeben für das deutsche Finanzsystem. Sie sagt, es gibt hier Finanzinstitutionen, deren Buchwert oft höher ist als ihre aktuelle Marktbewertung. Und da können sozusagen ein paar Leichen schlummern. Jetzt sagt hier ein amerikanischer Kommentator, wenn die Bundesbank spricht, sollte man das ernst nehmen. Weiß die Bundesbank etwas? Fragezeichen jedenfalls. Sind natürlich diese gestiegenen Zinsen dann ein Problem in einer Welt, die mit Nullzinsen letztendlich sich sozialisiert hat? Dadurch Fehlallokation von Kapital. Banko ist das beste Problem. Da fliegt etwas in die Luft, weil eben Dinge zu krass waren. Vermögenspreise steigen, Immobilienpreise steigen. Und weil die steigen, kriegt der Mann immer weitere Kredite. Dadurch wird er immer größenwahnsinniger und so weiter und so fort. So setzen sich solche Dinge eben in Gang. Und wenn wir jetzt mal zu dieser Transformation in Deutschland zurückkommen, dann brauchen wir eigentlich nur mal gucken auf das Marktgeschehen. Wir sehen Lithium, was man ja für Batterien, für Elektrobatterien braucht. Da ist der Preis 78% gefallen. Der ist ja massiv gestiegen, aber das ist alles jetzt komplett weg, während der Preis für Uran, also das, was man für Atomkraft braucht, auf 15 Jahre hoch ist. Also wir sehen, offenkundig trifft der Markt hier Entscheidungen und sagt, mit der Elektromobilität wird es vielleicht doch nicht so krass gigantisch super. Und vielleicht ist eine in Deutschland ja abgeschaffte Energieform wieder en vogue. Und insgesamt ist das, was ein Historiker sagt, nämlich Herr Rötter. Die grüne Deutungshoheit ist passé. Er sagt, es gibt ein chinesisches Sprichwort, das eine Sache, die in ihr extrem getrieben wird, ins Gegenteil umschlägt. Die grüne Hegemonie hat ideologisch überzogen, indem sie den Rahmen des Sagbaren immer enger gezogen hat und immer aggressiver das Stigma Nazi verteilt hat, etwa und so weiter und so fort. Irgendwann setzt dann ein, was man Reaktanz nennt. Wenn das Nazi ist, dann bin ich eben Nazi, so der Historiker. Also das ist sozusagen dieses Narrativ, was mir auch immer wieder entgegenschlägt. Wenn man dieses grüne Narrativ, oh, die Welt geht bald unter, wenn wir so weitermachen, ist alles zu spät, dann bringt alles nichts mehr. Also hat das oberste Priorität, wenn man dieses Narrativ in Frage stellt, wird man sofort in eine rechte Ecke gekippt, wird sozusagen als der Klimaleugner bezeichnet und so weiter und so fort. Während diejenigen, die sozusagen hart arbeiten und hier sehen, dass für sie die Dinge immer schwieriger werden durch Inflation, und weil ihr Haus immer weniger wert wird, deren Narrativ kommt in der Öffentlichkeit nicht vor. Das sorgt für Frust und Wut bei vielen Leuten. Und inzwischen ist es allerdings so, dass sich immer mehr Unternehmen wieder von den Grünen abwenden, nachdem vorher so ein richtiger Kuschelkurs der Fall war. Aber man sieht, es funktioniert schlichtweg nicht in der Realität und soll eben jetzt, wie Habeck vorgeschlagen hat, durch neue Schulden eben finanziert werden auf Kosten der kommenden Generationen. Aber das ist sozusagen dieser Klassenkampf zwischen denjenigen, die sagen, Leute, warum sollen wir hier sozusagen so vorgehen, während alle anderen das nicht tun. Deutschland Anteil CO2-Ausstoß 2%, China über 30%. Man müsste in China ansetzen, würde ich sagen, wenn man wirklich etwas verändern will. Jetzt sagen viele, naja, man muss ja irgendwo anfangen. Ja, dann fang da an, wo es effektiv ist. Das ist nicht hier. Natürlich können wir das tun, was wir tun, können wir verbessern. Aber wir sind hier schon relativ gut. Wer hier eine energieintensive Fabrik abreißt und sie woanders im Ausland aufbaut, der ist sozusagen in Sachen Umweltverschmutzung in der Regel viel verschwenderischer. Das ist eben das große Problem. Wir sind ja hier technologisch so, dass wir noch am vergleichsweise besten hier mit produzieren können. Kommen wir in die USA, meine Damen und Herren. Black Friday. Wir sehen, dass die Discounts immer größer werden, weil die Amerikaner praktisch immer schwächer werden. Das wird das, was für die Märkte jetzt wahrscheinlich sehr wichtig wird in den nächsten Tagen. Wie ist jetzt diese Holiday Season, wie ist der Black Friday gelaufen? Der Growth wahrscheinlich, also das Wachstum so schwach wie seit 2019 nicht mehr, weil die Leute schon ziemlich auf Anschlag sind. Gleichzeitig ist die Stimmung in Sachen Börse super gut. Wir sehen hier oben die Bullen und Bären. 45 Prozent, das sind Bullen, nur noch 23 Prozent der Privatinvestoren sind bärisch. Und jetzt auch die frischen Daten zu den Vermögensverwaltern da, NAAIM. Da sind 78 Prozent jetzt investiert oder die sind zu 78 Prozent investiert. Anfang oder Ende Oktober waren es noch 24 Prozent, dann 29, dann 61, 72, 77. Also wir sehen, die haben sich schneller investiert, als der S&P 500 gestiegen ist. Jetzt kommt hier Jim Cramer und sagt, Paul has engineered Soft Landing, he has ended inflation. Der Bullenmarkt hat begonnen, kauft auch Bitcoin. Also meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie, was der Fall ist. Wir bekommen auf gar keinen Fall ein Soft Landing. Und es wäre vielleicht gar nicht schlecht, jetzt Bitcoin zu verkaufen, wenn man in der bisher sehr gut funktionierenden Anti-Kramer-Logik bleibt. Hier sehen wir mal einen Schadvergleich zwischen 2000, 2001 und jetzt 2022, 2023. Fast identisch. Wir sehen erst diesen Anstieg, dann kommt der Abverkauf, dann kommt die Erholung. Der neue Bullenmarkt ist da. Ja, wir sind jetzt an einem neuralgischen Punkt. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Die Stimmung ist super bullish, Soft Landing, Zinsen werden nicht mehr steigen. Alles ist super. Und ja, man kann natürlich hier auch charttechnisch argumentieren, dass das durchaus bullish ist, was hier passiert, Ausbruch aus der Wedge. Aber man kann es eben auch komplett anders sehen. Das sind so diese Interpretationsmöglichkeiten. Nvidia hier neue Nachrichten. Man wollte ja einen neuen Chip kreieren für China, nachdem ja dieser schon ohnehin gedrosselte Chip jetzt auch von der beiden Administrationen für Exporte nach China verboten wurde. Jetzt muss man das erst mal auf Halde legen und verschieben. Es wird also länger dauern. Nvidia hat ja gewarnt, dass die Umsätze in China schlechter werden. Jetzt sind aber die Umsätze mit Singapur deutlich gestiegen. Viele vermuten, dass man Singapur sozusagen hier nutzt, um dann von Singapur nach China wieder die Geschichten zu machen. Also, dass das praktisch eine Umgehung der Sanktionen ist. Apropos China, über ein Drittel oder ein gutes Drittel der chinesischen Firmen haben drei rote Linien überschritten, die ja von der chinesischen Führung definiert sind. Schulden, mehr als 70% der Assets, Net Debt, Exceeding Equity, Cash Less Than Short-Term Borrowings, also praktisch Finanzkennzeichen, über ein Drittel sind da schon drüber hinaus. Apropos China, Foxconn-Gründer Gu, der Chef von Foxconn, der wird sie jetzt nicht mehr bewerben als Präsident von Taiwan. Die Chinesen haben gesagt, wenn du Präsident wirst, dann werden wir Foxconn massiv schädigen. Das war die Drohung. Und nochmal zurück jetzt nach Deutschland. Sie sehen, wir springen hier ein bisschen, aber das muss man heizutrag. Hier sehen wir ja gestern Zahlen, die deutsche Wirtschaft, Talfahrt geht weiter, wenn auch gleich verlangsamt. Aber wichtig ist, dass die Preise wieder angestiegen sind. Anstieg der Verkaufs- und Angebotspreise für Güter. Und die Dienstleistung hat sich wieder leicht beschleunigt. Hier vor allem Einkaufspreise stiegen wieder schneller als zuletzt und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen so einen Preisauftrieb. Und jetzt hat ja gestern die EZB in ihrem Protokoll gesagt, also wir sind jederzeit bereit, wieder die Zinsen anzuheben. Das ist ja das große Problem. Die Märkte glauben kein Wort. Die sagen, die Inflation ist vorbei. Die werden bald die Zinsen senken. Die Notenbanken sagen, nein, 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 wir werden sie auf keinen Fall senken. Und notfalls werden wir sie anheben. Es ist dieser Kampf zwischen den Notenbanken und den Märkten. Oder dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das die jetzt haben. Erste Empfehlung hier dieser Artikel. Märkte glauben kein Wort von dem, was die EZB sagt. Und hier der Zerfall des Immobilienimperiums von Signa, also Benko, erhöhte die Bankenrisiken. Auch das ist etwas, was wirklich eine sehr zentrale Frage ist. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus. Ciao.